Dieses zum Kauf angebotene vier Zimmer Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Neuwied. Das im Jahr 1980 erbaute Objekt wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Haus verfügt über einen Keller und vier Außenparkplätze. Es hat drei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem guten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von circa 500 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von circa 140 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 189.500 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen bei Fragen zur Verfügung. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.